Musik Der Schwede Brott, eine Bilanz von 3 zu 6, kam bisher noch nicht ganz so oft zum Einsatz. Neu-Ulm nicht in seiner besten Aufstellung. Angereist. Thiago Apolloniansauer, Anders Lindh verlor heute Morgen das Halbfinale. Kanak Jha beginnt mit dem Aufschlag. Wichtig wird für ihn sicherlich sein, weiterhin aggressiv das Spiel zu bestimmen. Wichtig ist. Wichtig ist. Super gespielt. Wichtig ist. Wichtig ist. Ich muss nicht auf den Tisch zurückbringen. Immer die Option des kurzen Rückschlags gewählt. Hat sein. Super. Der Aufschlag im Netz hier. Sehr sehr starker Rückschlag von Kanak. Sieg in dieser Saison. Das erste Spiel geht an die Grenzhauer. Wichtig ist. Wichtig ist. Wichtig ist. Wichtig ist. Wichtig ist.